Die Geburtstagsfeier beendet im Treptower Park und jetzt fahren wir nach Hause, oben ohne, so wie ihr seht Berlin Weihnacht. Windig ist es, es riecht ein bisschen nach Abgasen, nach Tankstelle, egal. Eigentlich ist es heute noch Personale, aber mal gucken, ob wir dahin gehen, ich zumindest, da fahren sie nämlich nicht, ich weiß nicht, ob ihr seht, wir fahren, wegen mir fahren wir heute oben ohne, es ist ganz schön windig, da fliegt der Kopf weg, also, okay, wir sind hier im Wald, auf der anderen Seite. Und ja, gibt's noch was zu sagen, keine Ahnung, tschüss, schönen Abend, mach's gut. Tschüss. Tschüss.